Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Google Docs ein Inhaltsverzeichnis hinzufügen könnt. Das geht relativ einfach, man muss halt nur ein paar kleine Dinge berücksichtigen und dann läuft das schon fast wie von selbst. Ihr kennt das vielleicht, bei etwas längeren Dokumenten habt ihr ja sowas wie eine Einleitung, ein Hauptteil und ein Schlussbereich zum Beispiel. Und der Hauptteil könnte untergliedert sein in Unterpunkt 1, Unterpunkt 2 und selbst diese Unterpunkte können weitere Unterpunkte enthalten. Und genau das soll sich ja später auch im Inhaltsverzeichnis widerspiegeln. Ich lösche das mal kurz und füge dann komplett unformatierten Text ein. Und hier seht ihr ja auch, hier gibt es die Einleitung, den Hauptteil, Unterpunkt 1, Unterpunkt unter 1, also sozusagen noch weiter eingerückt, Unterpunkt 1 hier. Und noch ein Unterpunkt unter 1, dann Unterpunkt 2, der ja die gleiche Ebene hat sozusagen wie dieser hier. Und dann nehmt Unterpunkt unter 2 und das gleiche nochmal und dann halt der Schlussbereich. Und wie gesagt, wir müssen nichts weiter tun, als die Überschriften festzulegen, also hier Überschriften vergeben. Und dementsprechend werden wir das jetzt hier auch formatieren. Das heißt, wir müssen nur in dieser Zeile sein, gehen hier auf diese Auswahlliste und wählen hier Überschrift 1. Das ist ja so eine Hauptüberschrift gewesen, das gleiche wie der Hauptteil. Auch das ist so eine Hauptüberschrift gewesen, also Überschrift 1. Und hier unten der Schlussbereich, genau das gleiche. Auch das war ein Hauptteil, also ebenfalls Überschrift 1. Ich hatte ja gesagt hier, der Hauptteil kann ja weitere Unterpunkte enthalten. Und wir hatten ja einmal Unterpunkt 1 und Unterpunkt 2. Und das müssen wir dann halt als Überschrift 2 festlegen. Also wähle ich mir aus Überschrift 2 für Unterpunkt 1, für Unterpunkt 2 genau das gleiche. Ist auch Überschrift 2. Zack. Und wir haben ja noch weitere Unterpunkte gehabt. Das ist einmal Unterpunkt unter 1 und das gleiche nochmal. Und das ist Überschrift 3. Und wenn ihr die Texte zum Beispiel schreibt, ja, dann wisst ihr ja selber, inwieweit das eingeordnet werden muss. Wenn ihr zum Beispiel, ja, über Tiere schreibt und habt jetzt zum Beispiel noch eine weitere Unterkategorie, meinetwegen Vögel und Fische und dann noch eine Unterkategorie, meinetwegen, wo ihr sagt, okay, für Vögel habt ihr zum Beispiel sowas wie Amsel und so weiter und für die Fische wieder eine Unterkategorie Karpfen oder sonst was. Und dementsprechend gliedert sich ja das Ganze dann. Also Unterpunkt unter 1 wäre jetzt Überschrift 3. Das gleiche hier für diesen Punkt. Und hier unter Unterpunkt 2 haben wir ja noch zwei weitere Unterpunkte gehabt, die noch weiter eingerückt werden sollten. Und das ist ebenfalls Überschrift 3. Und hier unten ebenfalls Überschrift 3. Ich gehe jetzt ganz nach oben und werde jetzt hier ein paar Zeilen einfügen. Und darüber, wenn wir jetzt einen manuellen Seitenumbruch hinzufügen, das können wir entweder über die Steuerungstaste und Enter machen, also wenn wir die Steuerungstaste gedrückt halten und Enter drücken, oder wir gehen hier einfach auf Einfügen und dann Seitenumbruch. Ihr seht, es wurde eine neue Seite sozusagen oberhalb eingefügt, weil wir ja einen Seitenumbruch hinzugefügt haben. Und hier oben können wir jetzt zum Beispiel unser Inhaltsverzeichnis hinzufügen. Ich werde hier trotzdem ein paar Leerzeilen eingeben, weil das Inhaltsverzeichnis ist nicht besonders groß. Und jetzt müssen wir nichts weiter machen als Einfügen. Und hier unten haben wir schon den Eintrag Inhaltsverzeichnis. Ich klicke hier rauf und schon haben wir hier unser Inhaltsverzeichnis. Und das können wir natürlich auch entsprechend formatieren. Bevor ich das aber formatiere, werde ich euch noch kurz was zeigen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel Änderungen vornehmt, ihr seht ja hier schon dieses Symbol, dann müsst ihr das später hier auch aktualisieren. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten in dem Schlussbereich etwas ändere. Und zwar, ich schreibe jetzt einfach nur Schluss. Ich lösche das mal ganz kurz. Und wenn wir jetzt nach oben gehen, dann sehen wir, dass sich das Inhaltsverzeichnis noch nicht aktualisiert hat. Das heißt, wir müssen, wenn wir hier in diesem Bereich sind, einmal auf das Symbol klicken. Zack, und dann seht ihr, hat sich das entsprechend aktualisiert. Das hier zu formatieren ist total easy. Das heißt, einfach nur den Bereich markieren. Aber wir werden erstmal hier einen Titel vergeben. Und ich schreibe jetzt einfach mal mein Inhaltsverzeichnis. Markiere mir das Ganze hier. Ich mache das meinetwegen, ja, was nehmen wir hier? Meinetwegen 18 und FET. Und den Bereich können wir genauso markieren. Das heißt, wir markieren uns hier diesen ganzen Bereich. Machen den meinetwegen auf 14. Machen den meinetwegen FET. Und wenn euch das hier so ein bisschen zu eng ist, dann könnt ihr das hier auch noch ein bisschen einstellen. Und zwar klickt einfach hier rauf. Nehmt zum Beispiel 1,5. Und dann sieht das Ganze schon so aus. Momentan seht ihr, wenn ich hier mit der Maus rübergehe, kann man hier ja nichts unbedingt auswählen. Aber wenn wir ja aus dem Bearbeiten-Modus rausgehen und das Ganze auf Dokumentvorschau umschalten, dann könnt ihr zum Beispiel mit dem Cursor hier rüber gehen. Und ihr seht, das ändert sich in so ein Handsymbol mit Zeigefinger. Und wenn wir da raufklicken und ich nehme jetzt einfach mal hier unter Punkt 2, zack, dann springt Google Docs sozusagen direkt an diesen Punkt. Und ihr seht, so einfach ist das, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Also ihr müsst im Prinzip nur die jeweiligen Titel entsprechend mit der Überschrift versehen und später nur über Einfügen das Inhaltsverzeichnis einfügen. Total easy. Alles klar, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.